Mach ready du Fisch Irgendwas ist das für ein Skinny überhaupt im Shop Hast du ihn schon gesehen? Digga ist einfach Kylo Fucking Ehrenbruder Kylo ist halt im Shop Ich bin einfach der aller heftigste Digga Na Acht war das Mein Acht steht für Ja wo die Eltern geheiratet haben Digga Ehre wurde anders angespuckt um es handelt Morgen auch bei Ebay Kleine Anzeigen zu finden Zwei Monate Ich glaube Shiro hat Ich bin einfach der aller echte mit 1 HP BAM So ein Ding ist das Na ja gut ne 5 Ey du Arschloch Regie mach mal jetzt was gutes Ey Digga dass überhaupt Leute dieses Turt noch benutzen Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Du bot Schree Ne Let's D D D Vielen Dank.